Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht. Sie haben eine Straftat. Sie begehen eine Straftat. Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Sie kommen sofort mit zur Polizei. Hier ist die Polizei. Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Sie kommen sofort mit zur Polizei. Sie dürfen das nicht. Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Und wie immer die Polizei hat keinen Bock. Haut ab. Lässt die Tippen einfach allein. Skandal. Die haben mir alle ins Gesicht gefilmt. Das dürfen sie nicht. Jetzt laufen sie der Polizei noch hinterher. Skandal. Die haben mir ins Gesicht gefilmt. Das ist die Polizei. Vielen Dank.